Eigentlich brauche ich es zwar wahrscheinlich nicht, aber ich sollte wahrscheinlich die Produktivitätsmodule abholen, bevor ich da irgendwas reinwerfe. Also, die da. Wow! Ähm... Ja... Nimm mal 23 Stück davon. Krass. Wir könnten schon Firmware herstellen. Wie lange dauern die? Stell mal ein... Wow! Oh, das ist garstig. Ne, 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 brech mal ab. Ähm... Die kommen rein. Hier? Ne, hier ging sie nicht. Hier. Kann man irgendwie Produktivität auch ablesen? Ja, plus 20% sind es momentan. Plus 50%. Das ist schon mal ein ordentlicher Schritt. Macht aber auch 200% mehr Smog. Ähm... Crafting Speed von 0,3. Und verbrauchte Cent viel Strom. Ähm... Ja, gut, mach mal. Boah, ja. Das dauert. Das dauert. Aber wir haben keine Zeit bei Entränken. Das ist okay. Also, eigentlich schon, weil ich langsam ganz gerne Sachen erforschen würde. Aber... Das ist halt so. Dauert das so lange? Ja, Tungstenmauben werden beschädigt. Das ist nicht schlimm. Wie viele von den Alien-Attraken brauche ich persönlich noch so? Also, ich hätte eventuell ganz gerne noch einen davon. Die kosten aber nur 30. Und ich weiß gar nicht, ob ich die brauche. 750 mal 4 sind 3000. 3750 Watt. Produzieren wir. Wir verlieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1400. Bleiben noch... Was habe ich gesagt? 3057. Minus... Da! 2000 noch was. Bleiben noch über für Schilde. Die Schilde verbrauchen... 360 mal 2, 4, 6, 8, 10. Sind 3600. Also, im Ernstfall können wir nicht alles aufrechterhalten. Das ist schon mal nicht so toll. Also, brauchen wir definitiv mehr davon. Ich muss mir also ein neues Muster in der Power-Armor überlegen, wo wir das alles hinpappen. Aber ja, ich hätte gerne auf jeden Fall noch einen davon. Das heißt, ich schmeiße jetzt die restlichen... Hier... Mach da mal 30 rein. So. Die schmeiße ich da hin. Die restlichen 30 habe ich dann im Inventar für eventuell denn noch eins davon. Und das jetzt rumbauen. Warte mal, ich mach die einfach raus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Machen die alle raus. So. Dich da hin. Der kommt hier noch einer davon hin. Oh, warte mal. So. Und 3x3 Block. Und dann noch 2 Laufdinger. Oh ja, das sieht gut aus. Denn Laufdinger brauchten... Die roten Engines. Die waren hier hinten. Duk, 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 duk. Da. Ender Match. Gib mir Laufdinger. Gib mir mehr Laufdinger. Und ich noch schneller laufen kann. Ähm... 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 Äh... 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 Das sollte jetzt an der Seite reichen. Dann kommen hier noch 3 von den Reaktoren hin. Hier kommt eine Reihe MK2er Batterien später hin. Ähm... Und hier unten alles MK2 Schilde bis auf einen Platz für das Nachtsichtgerät. Das ist mein neuer Plan. Äh... Gab es eigentlich noch eine bessere Rüstung? Guck mal ganz kurz. Äh... Asunus wurde mir vorgeschlagen, dass ich die Dinger doch mal ein bisschen ausgiebiger testen sollte. Weil sie machen zwar nicht so viel Schaden, aber schießen wohl ganz schnell. Was jetzt doof wäre, wenn die gut sind. Weil ich hab grad mir so ein tolles Muster überlegt für die Rüstung. Äh... Aber ja, die kosten keine lila Tränke. Also mach einfach mal. Und such mal die Rüstung raus. Da. Nö. Nichts so rüßend als die 3er. Ah, okay. So, du kannst wieder mit. Das heißt, ich hätte jetzt gern noch einen davon. Und was fehlt da? Blaue Chips. Ja, blaue Chips momentan recht gefragt. Nur arbeitet hier keiner, weil keine Schwefelsäure da ist. Nee, D, F. Es hängt jetzt wieder an euch, ja? Ah, ne. Geschwindigkeit bringt gar nichts, weil... Weil nicht genug Öl kommt. Und die haben alle schon Geschwindigkeitsdinger. Also, Pumpjack MK3. Braucht Blei. Mining Power 3, 4. Mining Speed 2. Was? Achso, rückwärts gehen wir schon mal eine Idee. Das sind keine wirklichen Riesensprünge. Aber wahrscheinlich wieder ein Slot mehr, wo ich das Beat-Modul reinpacken könnte. Ja, 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 ja. Ja, muss ich machen. Wir haben momentan recht hohen Verbrauch an Flüssigzeug hier. Fuel Blocks. Für Fuel Blocks habe ich 13.000. Das ist... So, wenn ich es schaffen könnte, jetzt komplett auf Solar umzusteigen, was momentan nicht so wirklich gut aussieht. Also, wenn ich das hinkriegen würde und der Puffer groß genug ist und, 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 dann könnte ich die ganzen Team Angels abbauen und bräuchte keine Fuel Blocks mehr. Das hatte ich ja vor ein paar Folgen schon mal angesprochen. Nächste Tour. Personal Defense Laser MK2. Muss ich wahrscheinlich auch bis Maximum hochforschen. Was ist eigentlich mit euch gewesen? Oh, ne, 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 schon gut. Noch besseres Beat-Module. Gehen ja sogar. noch mehr logistik slots für mich er hätte ich gerne auch wenn dafür wieder jetzt schöne lila tränke drauf gehen die ich eigentlich für andere sachen verplant hatte aber was soll's damit du da so bessere batterien die mal raus ich glaube die batterien brauche ich fast gar nicht mehr jetzt wo ich so viele davon gebaut hat oder nicht mehr so stark wie sie vorher gebraucht hatte was ich kann jetzt noch zwei davon bauen ohne größeren aufwand brauche ich mk0 personal laser defense um mk2 zu bauen dann kann ich damit schon ein bisschen rumspielen einfach so zum gucken mk2 braucht kein mk1 sehr praktisch okay also damit nicht rumspielen ich denke ich sollte mich jetzt kümmern um den rohstoffmangel was ist kein wirklicher mangel wir halten uns ganz gut wir haben 116.000 eisen das ist wirklich ordentlich also eisenerz das ist ein guter puffer für später aber halt kupfer sieht nicht so wirklich toll aus die storage wird langsam ein problem wurde auch schon ein zweimal angemerkt dass ich doch ein paar mehr kisten bauen sollte damit die roboter auch was haben wo sie hin sortieren können die kisten würde ich dann ganz gerne loswerden so keine ahnung wie groß ich das hier mache aber so ein fünf mal sechs fällt könnte später vielleicht reichen mal gucken das so dass wir die zerstör kiste und noch immer noch irgendwas zu zerstören alte polz und mist holzkiste dabei ich habe eine eisenkiste tu rein da mach irgendwann später kaputt du kannst wieder mit du kannst wieder mit ich sehe immer noch fast keine wieder tränke eigentlich sollte ich echt hier ein rausnehmen und dafür ein super speed ding reinhauen also ich habe keine super speed ding aber zumindest ein dreier crafting speed minus 80 prozent das ist krass logistik fertig okay also jetzt focus gerogon nichts mit die lettränen gut das schaut gut aus das schaut sogar sehr gut aus research und ich wollte eigentlich mich um das kupfererz kümmern dass ich davon genauso großen puffer habe wie vom eisen dass selbst wenn die dinge hier irgendwann alle sind dass wir dann wenigstens das erz haben das einschmelzen können für die ganze weile so dass da so bitte rauchen ja nimm es aber mit was soll's so du hast hier abdeckung du hast da abdeckung er macht das aber eigentlich nicht schnell genug nö so dann bräuchte ich noch hier unten was oh warte mal so und hier so und klick und klick und da so habe ich jetzt da da hier müsste noch einer hin habe ich noch einen dritten dreier und vorher kann ich auch einen zweier nehmen ja wollen wir den zweier dahin und da auch noch einen hin das soll's so voll voll so so das heißt jetzt könnte ich das hier unten beaufsichtig irgendwas ist fertig jetzt können keine drills mehr ja ich werde später noch einmal um platzieren müssen aber das ist jetzt erstmal okay also die sollten jetzt eigentlich dafür sorgen dass kupfererz langsam steigt in Richtung 100.000 geht bei den platten hängt es ja echt nur von den schmelzen ab und da hängt es eigentlich nur von der anzahl oder der mk stufe ab das heißt ich müsste jetzt eigentlich alle auf mk 3 bringen das braucht aber wieder irgendeine ressource die ich gerade nicht auf Tasche habe das ist doof wo werden wir angegriffen ne einer ein dingens turm wird angegriffen nur einen weh der geht kaputt weh der geht kaputt vor allem von wo da oben oh kein repair packs das ist nicht gut da wohl ganz leicht angekratzt oh 29 schaden krass dass die nicht so viel schaden machen bei den türmen oh gut soll mal recht sein äh du bist fertig was für ein drill war das ein mk 2 okay du bist auch fertig du brauchst eine weile die roboter hier haben gemeckert dass sie keine repair packs mehr haben also mache ich das mal so dass der turm repariert werden kann und dann hätte ich ganz gerne leichen eingesammelt bäume zerstört so 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 das kommt dann alle später in das Hauptlager okay diese Seite sieht gut aus ich müsste hier noch was aufpappen habe ich da echten mk0 drill hingebaut Gott, das ist ja erwärmlich. Die machen ja nun gar nichts. Weg, 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 weg. Ich hätte gerne die da. Zack. Mit Speedmodulen. Damit ist das Dingens voll. Und dann hätte ich gerne mit... Ich habe kein Holz und kein Rubber. Aber dafür habe ich ja jetzt die neuen Dinger hier. Also mach bitte Holz. 50 Stück, ja. Oh, Rubber. Ach so, hier. Rubber, 200 Stück. Das klingt gut. So, damit ich noch mehr Dreier- und Vierer-Drills bauen kann. Blaue Chips habe ich auch gerade nicht so viele. Also lassen wir die auch in Ruhe. Ich glaube, ich kann das jetzt mal wieder so stehen lassen. Der hier hat auch noch weiter zu tun. Die sowieso. Der hier 83.000 hier abbauen muss. Und das hier ist der 6er-Drill. Der baut einfach alles ab. Okay. Aber das wäre schick, wenn wir davon echt so 4 Stück oder so hätten. Ich meine... Den könnten wir auf jeder Seite einen hinbauen. Also da und da. Und da und da. Die würden alles, aber auch wirklich alles in der Umgebung abbauen, auf die beiden Fließverbinder verteilen und dann damit das hier alles befüllen. Irgendwie sah das gerade ein bisschen schräg aus, als wenn der Zug das mal wieder mitnimmt und nicht entlädt. Aber das dürfte eigentlich der Fall sein. Die Ärmchen in der Hauptbasis nehmen wir raus. Egal was da drin ist. Sonst wird automatisch in die Leckkiste getan und dann nach Hause geflogen. Nö, das sollte okay sein. Und da. Und da. Und da.